Nach der überraschenden Entlassung von Co-Trainer Boris Ekmesic und Trainer Petrak Uzelak hat der VfB Oldenburg seine Suche nach einem Nachfolger nun erfolgreich beendet. Ab sofort wird Dietmar Hirsch die sportlichen Geschicke der Regionalmannschaft verantworten. Mein Name ist Dietmar Hirsch, ich bin 43 Jahre alt und durfte heute als Trainer des VfB Oldenburg anfangen und habe gerade die erste Trainingseinheit geleitet. Ich habe die Jungs jetzt das erste Mal hier beim Training heute kennengelernt. Ich bin gestern erst angekommen, heute Morgen war Pressekonferenz. Das ist jetzt so der erste Eindruck, den kann ich jetzt nur nicht persönlich, kann ich die Spieler nicht beurteilen, aber von der Leistung her, sie sind sehr engagiert, sehr akribisch, hören sie zu und wollen was lernen und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Ich denke, das ist hier bisher schon ein sehr erfolgreicher Verein in der Regionalliga. Man sieht es auch im Moment am aktuellen Tabellenstand, also man hat dem Verein viel richtig gemacht. Dann gab es halt ein bisschen Probleme und man hat einen neuen Trainer gesucht, wir haben uns unterhalten und die beiden Philosophien vom Verein und von mir, die passen halt zusammen und von daher sind wir zusammengekommen. Und das ging eigentlich relativ zügig. Jeder Trainer bringt ja so ein paar eigene Ideen rein. Ich versuche natürlich noch besser oder noch mehr Leistung aus der Mannschaft rauszuholen, um natürlich den Tabellenplatz oder die oberen Regionen in der Tabelle zu verteidigen, möglichst auszubauen. Und das ist natürlich schon eine Herausforderung, wenn man bei einer erfolgreichen Mannschaft anfängt. Ganz klar, normal fängt man als Trainer bei einer Mannschaft an, wo es Probleme gibt. Das ist einfacher, was zu verändern, aber man muss halt sehen, was man hier überhaupt verändern muss. Also im Moment sieht es ganz gut aus. Es geht darum, dass man sehr akribisch arbeitet, dass man versucht, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Das hat der Jürgen Dienstmann schon mal gesagt, die Spieler jeden Tag ein bisschen besser machen. Das ist so mein Anspruch, dass wir uns als Mannschaft finden, dass wir uns entwickeln unter meiner Regie. Ich habe ja gesagt, jeder Trainer hat so seine eigenen Ideen. Und das Wichtigste ist, dass wir erfolgreich spielen. Das ist halt so. Und wenn der Fußball dann noch schön ist und ansehnlich, aber in erster Linie ist es Ergebnis Sport, man muss gewinnen. Und das hat ja in den letzten Spielen schon ganz gut geklappt. Für Trainer und Spieler heißt es jetzt, sich aneinander zu gewöhnen und den guten Tabellenplatz zu halten.